Guten Abend liebe Leute, es ist Zeit für Sonntagsdaily und damit gibt es wieder die Ergebnisse. Wir haben die Woche 25, das heißt der 20. bis 26. Juni wird hier gezeigt. Und ja, in der LBP Liga muss ich mal durchgucken, Liga 13 gibt es keine Veränderung, Liga 12 gab es Spiele. Akuro gewinnt 2-0 gegen Asselborn, beziehungsweise das ist ein Freewin. Ich gewinne 2-1 gegen Lady Azelis und Christou gewinnt 2-1 gegen Imog. Dann haben wir da keine Veränderung, da Liga 9 gibt es noch ein paar neue Spiele. Und zwar hat Reva 2-1 gewonnen gegen Mogo und Skouai hat 2-1 gewonnen gegen Zombie. Und ja, ich habe es eben bei der 12. Liga gar nicht gesagt, aber Tabelle hier. Wir haben Skouai schon auf dem ersten Platz sicher, der kann dann nicht mehr verdrängt werden. Zombie, Reva, Mogo in der Mitte, Pilz im Moment auf dem letzten, sagen wir mal aktiven Spielerplatz. Aber hat noch die Möglichkeit wieder rauszukommen. Electro Eagle nicht, der ist zwar nur auf dem vorletzten Platz hier von den aktiven Leuten. Aber hat eben am letzten Spieltag seinen Def-Win gegen Hydro Pigmar nicht. Oder hat er vielleicht auch den freien Spieltag, bin ich mir nicht sicher. Deswegen wird er seine Platzierung da nicht mehr verbessern können. In Liga Nummer 8 gab es auch einen Spieltag, nämlich mit Lellis, der 2-0 gegen Guto gewinnt. Und Herold, der 2-0 gegen Nighthawk gewinnt. Damit ist die Tabelle auch abgeschlossen, beziehungsweise die Liga abgeschlossen. Herold ist Meister, matchmäßig ungeschlagen. Und danach folgen Lellis, Guto, Nighthawk und Mint Crystal und Kreisel, der ja leider im Laufe der Saison ausgestiegen ist. In Liga 7 auch noch nichts Neues, das gibt es dann am Dienstag wahrscheinlich bei Fanrec. In Liga 6 auch noch nichts Neues, immer noch jemand umgezogen. Die Spiele stehen noch raus. In Liga 5, da gab es aber Spiele, auch hier waren es die letzten Spiele der Saison. DH gewinnt 2-0 gegen Panzerfahrer, also untermauert da nochmal seine Meisterschaft. Auch hier matchmäßig ungeschlagen, eine Map hat er auch abgegeben. Dann haben wir Illustrated auf dem zweiten Platz, der hat auch 2-0 gegen Leto gewonnen. Und auf dem dritten Platz landet Zane, der diesen Spieltag mit einem 2-0 gegen Pulsar auch siegen konnte. Auf Platz 4 Panzerfahrer, auf Platz 5 Leto, auf Platz 6 Pulsar. Aber auch eher immerhin eine Match hier geholt. In Liga 4 gab es noch keine neuen Ergebnisse. Da gibt es morgen, ab ca. 14.30 Uhr, 15 Uhr, gibt es da den nächsten Cast für die nächsten beiden Spieltage. Also es kommen zwei. In Liga 3, da gab es Spiele. Und zwar Bernie 2-0 gegen Errolcool. Luke 2-0 gegen Seth. Musti 2-0 gegen Finant. Und Aelith 2-1 gegen Saver. Also ja, sehr 2-0 lasse ich mal wieder. Aktuelle Tabelle dementsprechend. Luke mit dem 4-1 Windows vorne. Dann kommen, ja, Bernie Musti Finant mit 3-2. Dann kommen Seth, Saver und Aelith mit 2-3. Und Errolcool im Moment noch mit 1-4 ganz unten. In Liga Nummer 2 haben wir Marek, der 2-0 gegen Talabob gewinnt. Shark Gripper 2-0 gegen Ersi. No Mercy 2-0 gegen Neuling. Und dann doch noch ein 2-1 hier mit Vares, der 2-1 gegen Zagrash gewinnt. Also auch hier sehr viel 2-0. Die aktuelle Tabelle auf Platz 1 geteilt. No Mercy und Shark Gripper, die beiden Terrians mit 4-1. Dann folgen mit 3-2 Marek und Vares. Dann mit 2-3 gibt es auch Platz 5 und 6 Zagrash und Talabob. Und ganz unten aber auch schon beide mit einem Sieg. Aber auch eben mit 4 Niederlagen Neuling und Ersi. In der 1. Liga, auch hier gab es ein paar Spiele. Dronard gewinnt 2-0 gegen Venture. Frisk holt den nächsten Sieg. 2-0 gegen Nara. Wir haben Roost mit einem 2-0 gegen Sun. Und Railgun 2-0 gegen Winkel. Also hier alles 2-0 tatsächlich. Damit, ihr seht, schon eine grüne Hinterlegung haben wir schon. Auf dem ersten Platz aktuell Frisk, der damit schon die Playoff-Platzierung, also Top 4, sicher hat. Dahinter Railgun ebenfalls mit 4-0. Da ist wahrscheinlich auch der Map-Score nicht ganz gut genug, um sich da komplett durchsetzen zu können. Oder eben auch die Folgespiele, die noch kommen. Dann mit 3-2-1 haben wir Roost und Droneheart auf Platz 4 bzw. 3. Und ja, auch schon mit guten Chancen dann in die Playoffs zu kommen, je nachdem wie die letzten Spiele laufen. Dann haben wir Winkel und Nara auf 5 und 6 mit einem Sieg und 3 Niederlagen. Und aktuell ganz unten haben wir Venture und Sun, die noch nicht so siegreich waren. Und dann sind wir mit der Replay-Liga durch, gucken in die anderen Turniere. Nämlich den ersten Logan Cup Nummer 128. Und da gibt es erstmal hier oben ein ganz nice Ergebnis für ihn. Für einen der beiden, für Spatz, der 2-0 gewinnt gegen Showtime. Spatz aber dann auch in der Round of 16 raus. Dann haben wir Lambo, vielleicht als den, der als weitestes gekommen ist, ins Halbfinale. Da gegen Clem raus. Hero Marine ins Viertelfinale, gegen die Laser raus. Und dann, was haben wir sonst noch so zu bieten? Holy Hit, der ist gegen Lambo rausgeflogen in der Round of 32. Und For Yuumi ebenfalls in der Round of 32 gegen Geralt raus. HSC Qualifier Nummer 3 für Europa. Da haben wir hier oben links, erstes Teil des Winner-Brackets. For Yuumi haut hier Spatz raus. Holy Hit fliegt raus. For Yuumi ist dann bis ins Upper-Bracket-Final gekommen. Leider hier nicht ganz ins Quali-Match gekommen. Gegen Ekron da verloren. Ne, dann muss ich nochmal zurück. Auf dem anderen Bracket gibt es keine deutschen Leute. Deswegen gehen wir direkt ins Lower-Bracket und gucken nochmal da. Yuumi an, droppt hier in die zweite Runde und verliert da leider gegen Mana. Also schafft es da auch nicht. Oh, wait, jetzt fällt mir gerade auf. Unten ist noch Hate Me. Der ist noch ins Quali-Match gekommen, hier unten im Lower-Bracket. Hat da aber auch gegen Mana verloren. Der war hier oben, genau, gegen Kars gewonnen, gegen Ratatai gewonnen. Gegen Christiana gewonnen, im Quali-Match gegen Goblin dann unterlegen. Oh, und Raygun, ich hätte ihn fast vergessen. Oh mein Gott. Die Wins von Raygun. Die legendären Wins gegen DNS und gegen Drogo. Aber gegen Hasen hat es dann leider nicht mehr geklappt. Jetzt hätte ich ihn ja fast überlesen. Aber ja, auch er. Schöne Spiele, die habe ich so gecastet. Und dann gehen wir weiter zum OSC King of the Day Nummer 100. Und ihr seht, da wurde ordentlich gespielt. Doppelte Ladungsspiele hier bei Nummer 100. Aber nur eins mit deutschsprachiger Beteiligung, wenn ich das so auf die Schnelle richtig sehe. Nämlich hier mit Foyumi, der einmal kurz reinguckt. Leider gegen Geralt, direkt wieder rausfliegt. Dann die World Team League. Da haben wir zwei Ergebnisse mit deutscher Beteiligung. Nämlich Lambo, der 0-2 gegen Rogue unterliegt. In seinem Team war, aber insgesamt sieht es ganz gut aus für sein Team. Und dann haben wir Hate Me für die Platinum Heroes, der hier auch keine Map holen kann gegen Spirit. In der Tabelle, die jetzt langsam so zum, ja, Richtung Ende der Saison mal einblenden kann hier. Shopify Rebellion ist dritter Platz mit 7 zu 2. Und Platinum Heroes, die beiden, die jetzt hier die deutschen Leute oder die deutschsprachigen Leute am Start hatten. Platinum Heroes auf dem vorletzten mit 1 zu 8. Dann Legion Cup Finals. Die sind jetzt gerade durch. Ich habe eben auch schon das Ergebnis richtig eingetragen. Jedenfalls nach dem, was auf Belair's Dream so war. Aber das wurde jetzt gerade schon wieder korrigiert. Ich weiß nicht genau, warum. Ich glaube, Old Man's Lam hat 4 zu 2 gewonnen. Wie auch immer. Für uns interessiert ja vor allem, dass Mr. L hier noch gespielt hat, der leider im Halbfinale rausgeflogen ist. Diamond Nation Wars. Auch da gibt es das nächste Ergebnis hier unten im Lower Bracket. Deutschland gegen Peru. Ein 4 zu 1 Sieg. Gamefront Germany gewinnt 2 zu 0. Madman spielt ein 1 zu 1. Und Daytisi ebenfalls. Nee, Daytisi 1 zu 0. Sogar nur so, wie es aussieht. Jedenfalls ist es so eingetragen. Aber ein Win ist ein Win. So, OEC mit diesen Playoffs. Da gab es im Lower Bracket Spiele. Und zwar war da unter anderem Spatz. Jetzt, der 2 zu 1 gewinnt, jetzt in der nächsten Runde ist. Battle B hat gegen Trifax gewonnen, ist in der nächsten Runde. Und ich glaube, für Yuumi. Genau, hier unten ist für Yuumi noch. Der hat 2 zu 0 gegen Kuku gewonnen, auch in der nächsten Runde. Zentex Titan Clash, Qualifier Nummer 2. Dann natürlich viele deutschsprachige Leute am Start. Qualifiziert haben sich Sharktripper, Venture, Winkel und Unknown. Dann auf Platz 5, 6 haben wir Mr. L und Guto. Hier, Achtungserfolg auf jeden Fall Guto, der im Lower Bracket, da wo noch Best of 1 ist, gegen Seth gewinnt. Also Seth und Sonic hier auf Platz 7, 8. Dann 9 bis 12 haben wir Soon, Danis Gods, Herold und Devo. Und, ja, das sind 4 Leute, also müsste das 13 bis 16 sein hier mit Illustrated, Lelis, Spahnmeister und Xech. Dann noch ein kleiner Achtungserfolg hier, der reingepostet wurde. Und zwar der gute Winkel. Ein Spiel gegen Hero Marine auf der Leather gewonnen. Glückwunsch dazu. Und dann sind wir auch am Ende des Ganzen für diese Woche. Wie gesagt, wie immer, kein kompletter Anspruch auf Vollständigkeit. Ich gucke, was ich so finden kann über Team Liquid und so weiter. Oder auch, was ihr reinpostet. Aber wenn ihr noch mehr habt von euch, von euren Teammates, von Clans, die ihr verfolgt, dann immer gerne in den Channel, in den Ergienste-Channel auf dem Discord. Und dann ist es nächste Woche mit dabei. Und dann war es das für heute. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Einen guten Start in die Woche. Lasst euch nicht ärgern. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal.